Das Gewandhausorchester zählt international zu den führenden Sinfonieorchestern und ist außerdem das älteste bürgerliche Orchester der Welt. Während der Saison spielt es nahezu jede Woche zwei bis drei große Konzerte im Gewandhaus. Es ist zudem das Opernorchester Leipzigs und begleitet den Thomanachor jede Woche bei den Kantatenaufführungen in der Thomaskirche. Im großen Konzert mit dem 21. Gewandhauskapellmeister Andres Nelsons spielt das Gewandhausorchester hier im großen Saal Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie.